jetzt gut also laut meiner Tastatur bin ich online was von der App dafür musst du ja musst du eine DLL runterladen und eben halt in den in den Ordner reinverkauf jetzt bin ich auch jetzt zeigt es mal ein Lauded ja ich muss eben halt mal bei meiner App das jetzt mal hier weil bei mir steht nicht immer noch Verbindung wir brauchen eine Menge Holz und Stein ab der Holz vor der Hütte wollen wir nicht erst mal die Besucher begrüßen also nein ne ich hab grad das Wasser getrunken was ich gerade geholt hab ich guck grad wo ich seh wer mir jetzt zuschaut oder auf dem Markt jemand zuschaut also mir schaut Kinder zu aber das gehört eigentlich zu einem guten Ton hat was mit Erziehung zu tun wir laden das ja auch noch bei YouTube auch genau hab ich ganz vergessen ja Leute den Namen herzlich willkommen zu unserem Livestream jetzt auf Twitch so ein bisschen spontan stand ja nie fest ob wir es machen oder nicht ja noch könnten sich wieder nicht entscheiden ne das lag ja an mir weil ich ja noch beim Wurzeltag von meinem Cousin den ich eigentlich hätte die Röbe abreißen kann hätt's das doch gemacht ja du glauben wir's meine Tanne der hat auch gesagt na ja gottseidank hat jetzt jemand anderes mal geschrien außer nur ich und ich löscht ne weil der ist unmöglich da fühlt sich auf wie Kraft Koks auf LSD wer ist der? 15 Pubertät ach du heilige Scheiße ja das ist aber nicht das einzige Problem was sie hat sie hat noch mehrere also mehrere Kinder oder was? zwei Töchter kommen noch in die Pubertät läuft bei ihr die hat ja richtig Arschkarte gezogen richtig definitiv jetzt aber erstmal offiziell hallo und willkommen zu unserem Livestream und natürlich dann später auch auf Twitch dabei sind wie immer Smoker LP Servus und irgendwo rannte grad noch Gifty rum ja irgendwo keine Ahnung ach da hinten am Berg den sie ja hingelegt hat ja ich kann sogar winken oh leck ok wie denn das? leckt das Kord? äh T drücken und dann Play Emote achso und Taschen erstmal auch von mir also wenn ich T drücke pfeift er bei mir ach gedrückt halten das hätte schon sein ja so meine Aufgabe besteht jetzt auf jeden Fall hier darin Tuffy erstmal hier wegzuziehen weil sonst stirbt er weil ich werde hier alles abreißen und wie schon gesagt es war ein Livestream also auch wenn es nicht angekündigt wird äh wertet tut es uns leid echt ohne Scheiß aber schwere Sprache ist doch echt mir egal das gehört zum guten Ton auch das warte oh ich kann Tuffy nicht mitziehen ich muss auch kurz was machen hier ich muss Tuffys äh Schlafsack wegmachen ach wo ist denn die Brötekundinsel hier gleich krieg ich ihn dann raus gezogen Mama ich wär verfolgt ich kann Tuffy nicht wegziehen wir kommen gleich okay ich hab grad ein Problem ich wär verfolgt wow oder waren Steine und Legs äh ja das dumme ist wir kriegen den hier nie weggezogen und er muss weg alter Twitch hängt ja echt extremst hinterher wenn ich mir das hier kurz angucke wir sind immer noch oben auf dieser Plattform okay ja wie schon gesagt 10 Sekunden obwohl ich glaube 15 Sekunden wenn man kein Twitch Partner ist ich hab jetzt Wasser gemacht ich hab jetzt Wasser gemacht ja das glaube ich dir voll und ganz das ist genau dein Ding was du gerne machst ähm ich werde jetzt erstmal die Stein Foundation herstellen weil ich die Materialien hab und ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen und dann geht's eigentlich endlich mal los hier kriegt man endlich Wasser hier hoch weil ich hab beziehungsweise wir haben noch ein paar Level leider Gottes Offscreen gemacht aber das war eigentlich bloß vom 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 guten gemeint weil hätte sonst zu lange gedauert ohne Scheiß das wäre dann echt zu langwierig gewesen und Chantal warte mal komm mal her kriegst du boh auf der Fresse wenn deine Frau ich nicht will ne hahaha und jedenfalls wir haben ja Smogat's Club Level 22 Gifty 21 und ich bin Level 15 geworden wir haben auf jeden Fall die Level erreicht die wir brauchten jetzt richtig oh Gott ich brauch ich brauch Holz Toll Gifty bist du hier in der Nähe was ich muss sagen mit OBS leckt das ganz schön also bei mir jetzt überhaupt nicht jetzt hab ich zum Beispiel na gut ich guck nach unten hab ich gerade 50 Frames ich nehm's ja auch dauerhaft mit OBS auf weil geht das anders da du hier gerade rumstehst schmeiß mal ein bisschen Holz hier ich kann nicht mehr laufen ach du Heimatland wir brauchen für für das Wasserreservat brauchen wir Zementpaste erstmal ne Leitung nach oben legen ja ich such erstmal gerade was ich noch alles was ich schon alles da hab und was ich noch alles bauen muss so ich hab mal jede Menge Fleisch ah man was haben wir denn ihr äh noch mehr Kappes äh noch mehr Kappes also ich geh mal auf Holz suche jo nimm die Tiere mit auf jeden Fall also einen hab ich aber mit na du kannst doch meinen mitnehmen äh man ey Pfeifen war U oder J ja ich hab's ah shit so erstmal schnell gucken weil ich glaub huchala weil ich glaube das andere was ist denn das Holz brauche ich ja ist in Ordnung ich sag ja nix weil ich müsste nämlich schon noch was bauen mach überall das ganze Hals in den Hütten hier ok fang ich von ganz vorne an und zwar zuerst brauchen wir das Ding dafür brauche ich 25 Steine soo ne jetzt suche ich für den Steine noch ernsthaft jetzt da so brauchen wir das mangelst du uns tun ne mir mangelst grad an Geduld weil ich sie suchen musste also nichts neues naja so nach dem Motto soo ein blödschöpst äh 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 ja dann bauen wir noch das äh 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 stachpiloten das so hoch ne das lade ich nicht das lade ich nie in einem rutsch hoch das wäre dann echt ein bisschen zu heftig weil ich da müsstest du mindestens 3 äh 2 oder 3 werbung und wir wissen ja jetzt auch noch nicht wie lange machen äh werbung ja das oder so stimmt ja stimmt es kommt geht ja doch noch auf youtube hoch ähm ähm ne weil ähm ähm das rate ich auch dir smoker und zwar dass du das noch verkleinert weil ops hat da extrem viel platz von äh platz bedarf das stimmt das rendert ja auch nicht wie mein anderes auf dem programm ne achso es speichert den mp4 und ich weiß auch nie ob das jetzt so ordentlich speichert so nach dem motto also ich hab keinen stamina mehr ähm so wie oh gott es speichert den mp4 ich hab's aber eben halt die niedrigere bandbreite als meine als die aufnahmen die ich jedes mal mache also die aufnahme die läuft jetzt mit 5 mit 3500 kilobits und meine auf äh und meine anderen aufnahmen von arc die laufen bei 35.000 kilobits ok na deswegen hoffe ich eigentlich dass die youtube aufnahme dann auch nicht so extrem stockt weil eben halt doch schon ein etwas älteres computersystem ich habe obwohl die meisten spielhersteller eben halt immer noch auf die gpu gehen und nicht auf die cpu aber ich muss sagen ich habe hier 15 frames das stört mich gerade naja ach wir haben ja schon ernsthaft jetzt habe ich das ding umsonst gebaut oder was was naja das roh was zuerst ins wasser reingeht du musst auch tierisch aufpassen jetzt ja schwer ist unten ist nämlich muss das gerade nach oben setzen und das wird das löschenden Punkt auch noch setzen das würde ich schon ach du heilige scheiße kann das Ding auch irgendwie drehen das wäre mal richtig premium und da musst du dich trennen Bokka wie soll ich ein Kirby leveln Gewicht wäre erstmal optimal klar man softs mangeln an stein macht gleichzeitigen stein ach ne das bin ich als zuschauer naja du musst du musst ja den streamnummer auflassen und gucken dass wenn da leute kommen und schreiben und so ja klar funktioniert das jetzt so oder funktioniert das jetzt so so es mangelt extremst an stein da haben wir ja gleichzeitig schon stein mit ich habe jetzt eigentlich echt eine Idee es würde mich jetzt echt interessieren ob das jetzt funktioniert hat so ich setze unser Haus mal ein bisschen um und zwar wird es auch nicht in Holz gemacht wie ursprünglich der Plan war sondern in Stein so auf die 8 habe ich das gelegt Läuft das jetzt eigentlich hoch oder läuft das jetzt nicht hoch das würde mich jetzt echt interessieren jetzt wäre ich schon wieder angeschrieben eh wollt ihr mich jetzt alle verarschen das war jetzt äh Skype ist mir egal pff ne sowas nervt echt jetzt weil irgendwie hast du das Glück dass es immer dann ist wenn du irgendwas machst ja deswegen mache ich es ganz einfach ich beende Skype jetzt einfach da ist mir Bombe würde mich aber trotzdem interessieren ob das jetzt ob das Wasser jetzt nach oben steigt weil rein theoretisch ist es verbunden Theo so also unsere äh Stone Foundation steht schon mal so aber noch nicht komplett also es mangelt noch an einiges jo würde der Dreck jetzt mal hier weggehen das wäre echt premium damit ich mir das ganze mal angucken könnte ich hoffe nur nicht dass Tufi uns jetzt den Abhang runter fällt ja ich kann den nicht wegziehen vielleicht kann es einer von euch ich kann jetzt grad gar nicht weil ich grad angucken bin ob das so passt oder nicht ob das so funktioniert ach du heilige Scheiße ach du heilige Scheiße ach du heilige Scheiße wir werden wir mal gucken wir werden erstmal weiterbauen und dann mal schauen ob es funktioniert wenn nicht dann habe ich irgendwo einen Fehler drin äh Tufi scheint tot zu sein echt jetzt ne der lebt aber ich kann den nicht wegziehen ok nix wegen Drag Body oder so achso stimmt ja weil ich es grad im Stream sehe ich habe ja ich bin ein Level aufgestiegen ich brauche bald wieder Wasser irgendjemand könnte dann mal Kirby abholen und leer machen äh wie ich sag was sagtest du du brauchst Wasser ja können wir dann mal machen du brauchst Wasser ja es regnet cold das war schon nicht in welcher Richtung bist du gegangen giftig runter zu worunter zu äh Richtung hohes Gras Steine bauen und Holz jetzt muss ich erstmal schauen wo das Ding ist da ist es jetzt muss ich dich erstmal finden bist du mehr rechts mehr links oder ganz vorne ich bin äh hinter dem großen Stein eigentlich ich komm dir entgegen hier gibt es ja zum Glück nur ein ja ich komm dir entgegen ach du heilige Scheiße was denn ähm das Vieh ist immer noch im Wasser sonst Bino oder so musst du weglocken ne ich bin grad maximal am flitzen der rennt dir hinterher ähm dann rennt zu anderen Dinos dann wenn man das ist um die Dinos nur kannst du wo weg 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 ja ja ich bin hier wo genau so geht es mir mit dem ich bin hier vorne he 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 ja 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 einmal Kirby bitte zum mitnehmen der ist wo äh der letzte der gerade anbeschlichen kommt na wie voll hast du den gemacht der musst du drücken ok da kümmert sich gerade noch einen anderen Saurier ne ne so 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 kriege ich kurz also ich muss auch mal OBS leckt das doch schon bisschen ja kannst du mal sehen was ich durchmachen muss wenn ich aufnehme ach ne bleib weg von mir du Mistmutter ach ernsthaft jetzt ich brauch das ich brauch das da rennt gerade im Wasser seine Kreise ja du musst den weg klicken das ist ein Problem naja mal gucken du hast Kirby ich hab Dolly und Chantal und irgendwie stehen sie gerade übereinander und ich muss mal kurz mein nein 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 mein Schlafsack auspacken ja jetzt hab ich schon irgendwo hingekackert he 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 lass es raus na ich bin ganz raffiniert ne äh dieftiges mangelt mehr an Stein also mehr Stein jetzt sagt ja wäre auf jeden Fall super ich lege jetzt einfach in der Nähe von dem Pipe mein Schlafsack weg wenn es funktioniert naja funktioniert hab ich grad gemacht denk an wenn du einmal ums Schlafsacks bohrst ist er weg er muss einen neuen setzen ok na ich bin grad maximal vorsichtig weil es ist schon ein bisschen heftig hier wow ja ich werde nicht sagen ah ne hat sich erledigt du musst das sein du wolltest eh nix sagen richtig so leute ich hoffe es funktioniert wenn nicht dann muss ich alles nochmal umbauen ja du musst die Karte setzen und an einem bestimmten Punkt nein jetzt bin ich wieder rumgeflogen ich stehe heute hm 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 boah ja da soll ich mir doch gerade ja ich habe mir hier ein Holz beim Steine hacken musst du hachst dem ne ja ich weiß hm bleibst du dort du bleibst dort awesome das äh hm komm ich jetzt hier hoch? hm mal gucken irgendjemand dreht gerade bei mir an der Scheibe am Glücksrad ich bin's nie äh ist klein und plüschig hm ich hatte gerade gesagt ich bin's nie ah hier ist gerade ein Tricerat hübsen bergrunter geflogen hehehe und ein blödes Vieh und ein blödes Vieh ich wollte die Aussicht mal andersweite ich genießen ja Achtung vom Livestream ja Achtung vom Livestream Qualitätsbescheid ja ja ich wäre so oder so ich wäre so oder so das so schreiben wie eben halt ziemlich viele und äh einfach schreiben Stream äh Livestream nicht ja ich glaube das beste was man machen kann in der Situation so plopst du jetzt so dran das wäre Premium ne grobe bist du dort unten du baust es an der falschen Stelle na ich will erstmal gucken ob es überhaupt funktioniert so wie ist es an der falschen Stelle ich habe es im privaten Ausgetestet einfach mal testen ob das jetzt überhaupt was er raus gibt das ist jetzt gerade das was ich gerade einmal nur testen will ja nur du musst dann hier hinten hinsetzen ach wo hinten jetzt was ist denn bei toll Smogu wo bist du